Hallöchen und herzlich willkommen liebe Freunde. So, ich werde mich ein bisschen schlafen legen, denn ich bin da so müde noch. Obwohl ihre Gesichter verschwobelt sind wie Rauch und du ihre Namen vergessen hast, spürst du die Wärme. Das geht zu schnell. So, ich habe heute Tag 44. Und jetzt fassen wir mal auf. Nichts passiert. Ach, jetzt habe ich wieder. Wir müssen. So, ich probiere, ich wollte eigentlich, mal schauen, wie geht es in unseren Schwänchen? Ist es schon zahm? Zähmt. Okay, sehr schön. So, dann können wir es rauslassen. Na komm. Dann machen wir hier die Tür auf. Und dann, jetzt habe ich die Sticks nicht, weil die habe ich jetzt nicht mitgenommen. Zu hoch. Okay. Dann nehmen wir halt nur die mit. So. Drei. So, dann. Die eins drücken. Ne. Äh. Da reichen die kleinen. Da reichen die kleinen nochmal. Drei. Mhm. Drei. Da. Drei. Da. Drei. Da. Da. Komm schon. Komm schon dran da. Ich baue nur da den Weg, damit uns das nicht da drüber rollt. Verstehst du? Na nun, komm her. So, jetzt können wir es vielleicht freilassen. Und zwar 4 streicheln, lieb dich. Und jetzt, ich wollte es auf die andere Seite schieben. Und dann müssen wir hier da rüberschieben. Und dann? Nein. Komm raus da. Schiebung. Was ist denn jetzt? Das geht gerade in einem bestimmten Gebiet, oder wie? 4. Das ist was mit der Schweinezucht. 1. 3. Jetzt wäre es drin gewesen, aber mit der scheiß Tasten umschalten. Komm, 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 komm. Du wirst dich wohlfühlen drin. Scheint verängstigt zu sein, ja, ja. Ist das wegen dem Feuer, oder so? Ähm. Ich weiß es nicht. Jetzt lassen wir es mal ein bisschen. Wenn nicht, dann müssen wir es da drin lassen. Vielleicht beruhigt er sich noch. Wenn nicht, dann müssen wir es wieder rüber lassen. Dann machen wir hier wieder auf. Dann hilft es ja nicht. Gut. So, ich muss mal schnell auf die Toilette. Dann sehen wir uns. Oh, das schweint er. Das ist schon heftig. So, ich muss mal auf die Toilette. Ich mache kurze Unterbrechung. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. mold. Kommcht aus!